Super cool, endlich wieder Windsorff, Regatta-Rennen. Freut mich, dass so viele erschienen sind zur ersten und letzten Veranstaltung des Jahres. Die Vorhersage sieht vielversprechend aus, insofern freuen wir uns auf eine tolle Veranstaltung. Die Vorhersage sieht vielversprechend aus, insofern wir uns auf die Veranstaltung des Jahres. Wenn man am Strand sitzt, dann sieht man nicht, wie windig es draußen ist, aber es hat heute echt richtig geballert. Bei viel Wind ist Slalom einfach super, super cool, weil man näher am Wasser ist, die Geschwindigkeiten sind höher, es ist viel mehr Adrenalin dabei. Man versucht alles zu geben und sein Zeug, was vielleicht gerade auseinander fliegt, noch zusammen zu halten. esse ist ein Zeug, was vielleicht nicht mehr im Nachkommen Spannender wollen würd. Anhui Tages steckt viel, wenn man an der WIN- irgendwie anfiałert, auf den Lökel Hue K minute, wenn man jetzt eigentlich nicht mehr, sollte die Küche entstehen. Zwei Tage Event, zwei Tage absolut grandioser Wind und es war einfach mal schön, wieder alle Leute wieder zu sehen. Großer Respekt geht an wirklich alle Fahrer, weil alle haben sich hier durchgekämpft und wir haben wirklich richtig spannende Rennen gesehen. Nicht nur in den A-Finals, sondern auch in den B- und in den C-Finals. Bis zum nächsten Mal.